Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play League of Legends. Juhu, wir sind Supporter. Naja, manchmal ist das Matchmaking bisschen bloid, da schreibt man, man will Top oder Mitte oder Jungle und man ist Support. Naja, okay. Läuft trotzdem. Gut, also, unser Gegner ist Trash und Ciro sind wir und Varus ist unser Partner. Die hätten gut zusammengepasst, also Trash und Varus, also wegen dem Skin. Naja, wir haben eine Twitch als Gegner, das ist interessant. So, Morgana ist sehr in der Mitte, das habe ich lange nicht mehr gesehen, aber Morgana rockt die Mitte wie sonst wer. Ähm, Malsa ist auch eine Mitte natürlich und die beiden, äh, Lee Sin und Shira, äh, Shira, seit wann er heißt die, äh, Shira. Naja, ich sag einfach, Shira. Gut, ähm, Juhu ist Top und Mundo ist Top. Gut. Gut. Ähm, wir machen, wir machen, wir machen, wir machen das nicht, weil das ist für Midlane. Wir gehen hier rauf. So. Sehr schön. Gut, äh, was der, ähm, Varus gerade gesagt hat, ähm, wir sollen, also wenn wir Level 6 sind, ähm, ja, soll ich quasi alles machen, was ich kann. Dann macht er Ulti und dann mache ich Ulti, also während sie gestunt sind, bekommen sie halt dann, äh, kurz danach noch einen Stunt von meinen, uh, von meinen Ulti. Gut. Mh, wir fangen an mit, natürlich, tödliche Dornen. Genau. Sure. Bist du sicher? Ja, aber dann doch nicht hier lang. Ich, äh, ich hätte doch, äh, hier eh machen sollen, damit die gepackt werden. Sehr schön. Morgana ist jetzt auch gekommen. Okay. Gut. Dann gehe ich jetzt mal hier hin, mal schauen, Twitch ist noch nicht aufgetaucht. Naja, okay. Hat, äh, hat sehr gut geklappt. Na, wie oft ist Twitcher. Ja, äh, ja, doch, doch, da war es sehr gut, sehr gut. Hat er noch erwischt? Sehr schön. Es läuft, es läuft. Sehr schön. Gut. Ähm, jetzt, äh, trinken wir noch einen Heiltrank. Und danach machen wir die Fessel. Und danach, äh, machen wir mal das Wachstum ein bisschen, damit wir mehr, äh, ja, mehr Pflanzentürme, Geschütztürme, mh, I don't know, haben können. Mh, naja. So, Dornengarten. Und da hat er ja schon einen coolen, coolen Scan auf jeden Fall. So, ähm. Schade. Ja, war ja ein bisschen schneller als ich. So, Shyvana ist oben, das ist ganz gut, da können wir ein bisschen... Äh, das war dumm, 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 das war dumm. Gut. Ähm, ja, das war sehr dumm. Äh, Schuhe als nächstes werden wir ein bisschen Mana brauchen. Und natürlich den, das Buch kaufen für den, uh, sehr gut. Läuft bei uns. Eins zu drei für uns. Das ist ganz gut. Äh, wo hat er denn hingeschossen? Hm, gut. Ähm, als nächstes werden wir auf jeden Fall auch, äh, das Kontrollauge kaufen, weil, ähm, ja. Da müssen wir hier nicht die ganze Zeit umordnen. Wie, you have to get a link bot. Warum? Brauchen wir Hilfe oder was? Ja, wenn er meint. Äh, und, äh, also Kontrollauge, weil Twitch macht sich unsichtbar. Und das wollen wir natürlich nicht. So. So. Da, Mann. Ah. Nerv, 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 nerv. Dann holen wir uns jetzt mal das Auge. Bup. Hm. Ja, musst du ja auch nicht. Oh. Na, da ist los. Hm, irgendwo ist Twitch, oder? Äh. Naja, okay. Gut, äh, 0,2 haben wir. Hm. Hm, okay, komm, 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 komm. Let's see. Ja. Kommt zu mir, komm, ich an. Sehr schön. Cooles, 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 nee, dann gehe ich mal nicht da lang, weil Gott ist nämlich miss. So. Äh, Mitte wird gerade gegangt. Ah, doch nicht, okay. Schön aufpassen. Hm, Gangwater. Ja, kann er echt mal machen. Ja, kann er echt mal machen. So, 3, 4 bis jetzt. Und zwei Kills nur, äh, nur ich. Ah, und beide Male hat der, äh, Trash den, äh, den Kill bekommen. Das ist sehr schön, das ist sehr gut. So, der hat, der hat 31, hm. Ich bleib mal hier, und trinke mal ein Bier. Wie viele kann ich denn manchmal 8 Seiten im Boden, ne? Ah, ja, okay. Das ist ja praktisch. Das ist jetzt praktisch. So, komm ruhig hier, komm ruhig hier. Ja, wir müssen nur Level 6 sein und dann. Okay, das war dumm, aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Ah, Mann, jetzt echt? Mann, da wollte ich gerade, ja. Gut, äh, wir brauchen das da. Und danach Mana und danach geht's weiter. So, ja, Varus ist Level 6, ich bin noch Level 5. Uiuiuiui, okay, das war schlecht vom Trash. Zum Glück, weil sonst wäre Varus wahrscheinlich auch tot. Warte, ich muss das alles so machen. Okay, let's go, hmm, hmm, na, fight. Ah, nee, oh, je, 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 scheiße. Hmm. Bah, bleib, 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 bleib weg. Jetzt läuft's gar nicht mehr. Was passiert hier? Ich hoffe, ich geh mal auf die Frostkönigin. Da können wir auch die Twitch, wenn sie mal unsichtbar ist, falls sie, glaube ich, gerade war, glaube ich, können wir die, ähm, können wir die aufdecken. Und noch slowen, das ist auch ganz gut. So, ich, ich sollte mich mal ein bisschen, oh, yo, 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 der wurde geschnappt, oder? Scheiße. Ah, 4, 1 hat die schon. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Hm. ich habe es extra so gesehen so Scheiße. Scheiße. Wie war das mit... Ähm... Naja. Hmm. Ja, ja. Boah. Scheiße. Hmm. Ja, das ist eh überhaupt nicht gut. Eh überhaupt nicht. Die neugierden. Ja, das ist eh. Ich bin mir wichtig. Ich bin mir wichtig. Ich bin mir wichtig. Los, 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 los. Scheiße. Jetzt echt. Was? Was ist jetzt los? Da, Mann. Ja, Mann. An sich, ich kann es ja verstehen, weil ich fünfmal gestorben bin, aber ich kann es nicht verstehen, weil gerade war es ja... Äh? Was will der eigentlich? Spasst. Ja. 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 Ah! Die hat einen Discounter. Ja, das hat man auch gesehen. Augen geht ja nicht. Lass das was schnell. Naja, oder auch nicht. Nein, nein, nein. Pass auf. Da, halt die Klappe. Ne, das habe ich jetzt einmal gemacht oder zweimal. Oh, er hat gerade nicht da war. Oh, cool. Meine Fresse. Ja. Ja, und der geht halt dahin und explodiert sich halt drüber. Was soll ich denn da machen? Und dich, Idiot, geh noch mit oder was? Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Ja. Ja. Gut. Ja. Ja. Okay. Hm. Gut. Dann machen wir hier mal weiter. Pass auf, pass auf. Twitch ist irgendwo da draußen. Ah, ne, die ist oben. Na dann. Dann ist hier gut. Oh, die sind oben. Dann können wir ja pushen, oder? Hm 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 hm. Gut. Ne, äh, Twitch ist tot. Twitch ist tot. Wirklich? Sicher? Hm 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 machst du denn das war sowas von dumm von mir war uns das war richtig tut und wir machen es auch noch gut als nächstes kaufen wir uns dinge 4000 und dann noch mal testa für unsere gute freundin twitch gut so wie sieht es aus 26 25 also wieder ausgeglichen 13 hat die hat die twitch das ist ziemlich krass mal sah hat hat da war da hat sechs die sind es ganz gut der hat zwölf wenn die hat runter und heimlich runde sich er möglicherweise dann dann scheiß von um das sonst war er ja so hat hat auch ein paar auch kommen ok ok alles klar das wusste ich sogar gar nicht und ist das dann nicht für unsiegbare gilt krass mhm gut gut so dann müssen wir echt aufpassen ja 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 nee zurück unser haus ist nicht da jetzt jetzt braucht er auch nicht mehr zu kommen ja ja ich ich ja es ist gut ist gut ich flash mich rein damit ok wenigstens hat er nie überlebt so eine schlechte ding hatte ich ja noch nie alter schwede ich brauche leben ok wir tun jetzt mal einen da rein und dann schauen wir mal es ist 30 30 0 10 ist sowas peinlich fuck it ähm ne ja ignorier den einfach der ist dumm ja was willst du denn dann Und... Ich muss... ...nach... 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 so herrlich gut ja mit der twitch muss mehr schade noch mal schade gut ich dachte wir kommen ja der turm wird früher gestört aber ist ja egal ich habe sowieso genug das brauche ich eigentlich nicht mehr 200 da können wir uns noch 500 das reicht nicht mehr gut dann wir können davon immer nur 1 verlegen in der seite 11 und 16 haben die ich habe 18 hat die twitch aber die anderen sind nicht ganz so gut das ist unser vorteil könnte unser vorteil sein hier machen wir noch eins hin die twitch ist da unten die twitch ist oben ok und ich gehe einfach rein vor allem in den gleichen moment wo die beiden weg gehen ja 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 Aber der bleibt da, okay. Wieso bleibt der da? Weil die jetzt den da machen, okay, die machen, na ja, das war schon klar, aber ich dachte, wenigstens ein, also wenigstens Twitch wäre runtergekommen. Naja, okay. Nicht, okay. Muss ja nicht, ne? Man. Das war voll verkackt. Aber trotzdem, Lee Sin macht halt guten Damage, der ist ein richtig guter Spieler. Achso, nochmal. Weißt du, äh, alle gehen zurück, er geht vor und sagt so, ah, äh, äh, na ja. So, äh, jetzt als nächstes, wenn wir den haben, werden wir auf, ähm, äh, auf, äh, ich hab gerade den Satz einfach den Kopf zu Ende, äh, gesprochen, äh, genau, wir werden jetzt, äh, wir werden ja als nächstes, na, äh, Worts kaufen, weil ich dachte, das, das passt schon, wenn alle ein bisschen was kaufen, aber das, das machen nicht alle. Ich gehe mal hier, da, 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 da. Das Problem ist, äh, wenn wir so, so verstreut sind, äh, der Twitch macht einfach Instackel für ein von uns ok ok sehr schön sehr schnell wir müssen aufpassen auf tisch wenn die irgendwo reinkommt ja ja wir wissen dass der lebendig ist pass auf bicker voll ok zurück 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 der war es ist nicht da warum es ist nicht da jetzt das war aus da es ist ja schön schön wird gefangen sehr schön das war gut das war sehr gut das war exzellent das war gutes zusammenspiel von oldies auf jeden fall warum warum nicht einfach auf schlossmann ich muss zurück gut bist du dir wirklich sicher gut und jetzt zurück 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 jetzt haben wir das da jetzt können wir uns entschuldigung jetzt machen wir das da jetzt machen wir das da das da das da und nächstes mal das da so wunderbar gut 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 dann auf geht's auf geht's wir müssen aufpassen Twitch ist unsichtbar Twitch ist unsichtbar und jetzt sind alle wieder da so jetzt gehen wir mal hoch ja ja ah schade hat er in die combo von Yasu und mein ulti ist einfach geil kann man nix anders sorgen wieso haben wir das nicht äh schon früher gemacht ah hm wir haben ja und jetzt gut job guys ich glaub's ja nicht ach boah diese flameheimer gut aber äh da sieht man mal also bei denen war nur Twitch also Twitch war richtig krass gefeated äh und mal da war ein bisschen gut aber bei uns war halt ähm der Yasu ein bisschen gut und Lee Sin war richtig gut hm was wollte ich jetzt damit sagen hm weiß ich nicht wir hatten auf jeden Fall bessere Teamplates fand ich ähm zum Schluss hin also wir haben am Schluss zwei große Teamfights gewonnen äh vor allen Dingen mit ähm eben Yasu der sein Ulti machen konnte als ich äh die mein Ulti halt komplett getroffen hab also ich hab glaub ich alle vier oder alle fünf äh getroffen und dadurch konnte er halt ja sein Ulti machen gut ähm ja aber ganz ehrlich ich flame nicht rum weil klar wir haben wir ja ich ich hab ja richtig kacke gespielt gebe ich zu ähm aber bei vielen Sachen konnte ich einfach nichts dafür und ja ihr habt ja gesehen alle waren so ja halt die Klappe war aus gut also äh danke für zuschauen ähm jo das nächste mal werden wir mal versuchen äh wieder ein Channel zu gehen wollte ich eigentlich machen aber irgendwie bin ich zum Supporter geworden aber war gut so dadurch haben wir auch gewonnen hm gut ähm dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und gerne kommentieren was ihr wollt äh also Tipps oder Wünsche oder alles ähm ja dann bis zum nächsten Mal bye bye bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal